Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel gehören zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für die Wirtschaft haben diese Themen große Auswirkungen. Neue gesetzliche Vorgaben, steigende Anforderungen von Geschäftspartnern und Endkunden, zunehmendes Interesse an Transparenz über die geschäftlichen Aktivitäten. Gleichzeitig gehen damit große Chancen für die Wirtschaft einher. Diese veränderten Anforderungen führen dazu, dass nahezu alle Bereiche eines Unternehmens ökonomisch, ökologisch und sozial neu ausgerichtet werden müssen. Dafür braucht es Fach- und Führungskräfte, die in Nachhaltigkeit qualifiziert sind. Und aus diesem Grund haben wir den Master Nachhaltigkeits- und Klimamanagement entwickelt. Er orientiert sich an den realen Herausforderungen und Aufgabenstellungen der Wirtschaft. Dazu haben wir bei der Entwicklung mit führenden mittelständischen Unternehmen zusammengearbeitet. Sie werden darauf vorbereitet, sofort inhaltliche Führung in den Abteilungen, Positionen und Projekten rund um die Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit zu übernehmen. Besonders innovativ ist zudem, dass wir den Aspekt des Klimamanagements mit in den Vordergrund stellen, der in Unternehmen immer relevanter wird. Sie lernen, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet, wie man sie im Unternehmen wirklich umsetzt und lebt und wie man ein Unternehmen umwelt- und klimagerecht ausrichtet. Fachvorträge aus der Wirtschaft, reale Fallstudien, eine dreimonatige Praxisphase in einem Unternehmen und weitere interaktive Elemente machen diesen Master zu einem ganz besonderen Studiengang. Der Studiengang findet in Vollzeit unter der Woche oder Teilzeit statt, also Freitagnachmittags und Samstags sowie einmal unter der Woche abends. Sie können also in Ihrem Unternehmen normal tätig bleiben und einen Abschluss erwerben, der Sie für höhere Aufgaben qualifiziert. Außerdem können Sie ihn in unserem neuen virtuellen Live-Studium studieren. Sie studieren also einen innovativen Studiengang mit großer gesellschaftlicher Bedeutung und besten Chancen für Ihre persönliche Karriere.